Das war's für heute. Das war's für heute. Worauf wartest du? Auf die Erde, oder? Ja. Spürst du hier noch irgendwas? Nein. Nicht wirklich. Werden wir gleich gucken. Und sehen, wenn du den Nagel reinkriegst. Aber das wäre mir schon nicht. Nein? Ach bitte. Schön wär's. Hast du Angst? Ja. Wovor? Ja. Das kennst du doch schon. Ist doch nichts Neues. Hallo. Ja. 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 Das, was er mit ähnlichem Fisch betitelt, ist Serviettenknödel-Scheiben mit Brokkoli. Wo ist der Kuchen? Da ist ja kein Kuchen. Guck mal, hier steht Kuchen drauf, aber hier ist kein Kuchen. Schmeckt es dir? Schmeckt dir krank aus Essen? Nein. Ja, aber es schmeckt dir, hast du gesagt. Das aussieht noch besser. Hm. Und da oben läuft die Infusion weiter. Dimmelen? Hm. Ah. Was guckst du da? Keine Ahnung. Isst du bitte? Yasin'cim. Gülçüp de arkadaşların seni bekliyor. Biraz yorumlayabilir misin? Çok sıkıcısın şu an. Hiç konuşmuyoruz. Oysa ki çocuk yemek yiyor. Yemek yiyenken konuşulmaz. Sen de o zaman yanlış zamanda girmişsin galiba. Yok ben Yasin yemeği nasıl yiyor, seviyor mu yemeği diye bakayım dedim. Yemekler güzel. Kapatırsan, yani şöyle avucumuzla kıt alacağız. Yasin şu an çok nazip bir şekilde yiyor. Biraz önce şeyi gibiydi, bir tazmanya canavara gidiyorum. Normalde çatal sevmez kullanmayı ama... Sizin de o zaman yemeği sayı bir... Dokmalarını sayıyoruz şu an. 30 oldu. Küçük boy menü değil. Bak, 32 oldu şu an. XX Large menü aldık bir de yani. Bir şey demek istiyor musun yemekleri hakkında? Çatal var elinde, çok tehlikeli şu an. Çenet. Nasıl bakıyor görüyor musun? Her zaman saldırıya geçecek bu çocuk. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Kocuna sok. Bay bay. saturmanın. İlşit. Çalır. Bakın. Yemekli karlık. Yemekli karlıkca. Bakın. İkci ben bir dakika. Nun stehend, das war mit. Was denn? Ich bin so voll kichert. Ich bin so kichert. Ich bin so kichert. Guck, schnell! Ja, ich bin hier. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Geh' rein. Geh' rein. Ja, bitte geh' rein. Wir haben den Zag. Wir sind wieder der Dinn. Geh' rein. Ich habe meine Mutter, ich werde das nochmal. Ich werde das nicht mehr. Hallo. Wir gehen hier zum Kaffee. Also Kaffee, nichts Weißes Verstehen. Wir gehen erst mal Kaffee trinken und danach, äh, ja, umgehen wir. Wissen wir noch nicht. Ja. Und hier ist mein Zbaka. Hallo, die Henne. Hallo. Ja. Ja, wenn ich das heiße, dann drüben. Ja. Aber ich kann dir das heißen. Ja. Angegner, hallo, gell? Hi. Woher gehen wir? Guck mal, weiß ich nicht, was wir überraschen? Ja, wir lassen uns überraschen. Also bis gleich. Was hast du da? Ich habe... Ja, es sind probiert erst mal vom Tiramisu. Schmeckt's dir? Ja, es ist ein Appetit. So, und was hast du hier? So, da ist Erdbeer. Und da ist ein Apfel. Apfel-Strohdelan. Und kein Apfel-Strohdelan. Mit Vanillensauce. Ja. Guten Appetit. Danke. Was hat dein Endeste? Mein Endeste hat Nutella, Banane, Waffel, Erdbeer. Ach so. Guten Appetit, Endeste. Und du hast Kirsche, Sahne, Waffel. Und Eis. Ja. Schmeckt's dir? Oh ja. Guck mal, das wollen wir aber nicht unbedingt aufnehmen, das mit dem Essen, oder? Ja, sicher. Das habe ich nicht so gerne, Kind. Das ist ein Check-N-Yok. Ich meine, jetzt mein Essen, du, Hamster. Hadi, Essen. So, ein bisschen. So. Ich probiere das jetzt noch. Klar, mach's gut. Hilf deinem Kind doch mal. Ich helfe mal. Ich habe ja, ich werde besser. Bitte schön. Mein Kind. Ich werde das nicht so lange im Entferen. So. Ich muss diesen Achseisch haben. Ich habe einen Überlegend ein hanno. Ja. Ich habe ich auch. Ich habe mich nicht so lange. Du musst. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du sind. Du bist. Jassin, eine Kakao-Tür. Kann man da pissen, ich gebe es ja Schöne mir bei der Hand. Pissen kann man da, pissen nicht. Hallo, wir trinken jetzt Kakao. Was trinkst du sofort? Ich trink von Jassin das Kakao weg. Was trinkst du noch? Kaffee. Kannst du noch Kakao? Kaffeecino. Er trinkt jetzt Kakao Kina und gleich gehen wir nach Hause. Der Rest gehen wir nach Hause. Ja, sie mag nicht so rausgehen, deswegen gehen wir gleich wieder nach Hause. Er ist ein Nesthooker. Das ist traurig, aber wahr. Nein, das ist nicht traurig, ein paar Leute sind auch ein Lechthocker. Na, sind beide Namen in Spitzen gut? Nein, ich bin ein Lechthocker, da zu Rest, und ich gehe nicht so gerne raus. Ich bin ein Lechthocker. Das ist nicht. Das ist nicht. Ich bin ein Lechthocker. Du kannst du mir einen Schöpfen in die Schöpfen. Jetzt schauen wir die Augen auf die Schöpfen. Ich bin der Schöpfen, ich bin der Schöpfen. Ich bin der Schöpfen und der Schöpfen. So ist es schön? Es war sehr schön, die ich es sehr schön schön. Ich verstehe jetzt noch etwas. Wir machen jetzt die Gehltel. Derrick ist, ich bin der Schöpfen. Ich bin zu dir, ich bin zu dir. Ich bin zu dir, ich bin zu dir. Ateş ne machst du? Ateş? 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 Bist du dir? Babam Adak, du dir. Ja, ich bin zu dir. Ich bin zu dir, ich bin zu YouTube. Youtube'a koyacaktım ya. Youtube'da beni sigara yarı gören ne olur yani. Görse ne olur, görmesen o. Babam gördüm sen. Youtube'u nereden bilsin baba? Göstere ne olursa senin oğlan Youtube'lara düşmüş diye. Bir şey olmaz. Öyle koyacağım. Youtube'a sen zaten bir dünya video çekiyorsun. Kısa bir video değil bu. Olsun. Neyse bunu keselim. Aşk. Son gün kurtuluyorum. Yoohoo. Get lan ne demek ediyorsun get. Bir ay da saçlarım ağrıdı. On kat ağrıdı yani düşün. Yedi ömrümü yedi ömrümü. Hehehe. Hehehe. Ya hehehe. Ya hehehe. Atla. Ben daha neler yapacama benziyok. Bu daha başlangıç. Kafasında saç kalmayacak. Ya şey. Aşkım bu daha iyi günler. Ya hehehe. Ya ya. Hadi hadi. Geç kalacaksın hadi. Sanki bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Allah. Kapatalım mı? Kapat gari. Ender ne sen niye bindin? Ya bizi verdik son günüm ya. Son gün bari içen. Açen de pençe diye. Konta açarsın açacaksın. Üff. İçe sevmem. Kimi beni mi? Sigarayı lan. Seni niye sevmeyen? Seni sevmeyen ölçün. Ölçün. Seni sevmeyen ölçün. Seni sevmeyen ölçün. Orası mı? Evet. Salda Gölü'ne geldik. Allah seni gördüm. Hehehe. Salda Gölü'n burası. Orası Yamadı baray. Bilmem sen Yamadı'ya gel. O nerede kız? Bizim köyün içinden. Ne desinde? Hehehe. Ne tankı geçmesene sen benimle. Afos da sen. Kapat gari. Kapat gari. Ağacın gölgesini çek. He bu kız gibi çekinek gel. Gözde elinden gel. Zuuu. Kapat gari. Alo. O delik gazı çekme. Böyle. Su da kılı çek. Kapıyı kapat sorduna. Geliyorum bir saniye. famoso yöy. Sü fiyorsı öyü. Al場 Yuk边務 Motorola zum Flughafen, weil heute war ja der letzte Tag für ihn, und danach werden wir uns verabschieden und danach werden wir uns alle weinen, weil er gegangen ist, das ist mir jetzt ein Chorisch, ich hab den halt ganz toll gern, und der ist cool, und ja, mit dem hab mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht, da hab ich auch sogar mit ihm FIFA gespielt öfter, und ja, und danach waren wir noch im Garten, und ja, danach den Rest von der Zeit hat das mit meiner Schwester, waren die Soppen, die zwei, oder irgendwas anderes, weiß ich nicht, und ja, und ich hab ja auch noch eine Frage, was findet ihr eines besser, so ein Video, oder was ich zuhause so mit Fortnite-Videos mache, findet ihr das besser, oder beides, schreibt mal das bitte unten in den Kommentaren, dann, okay, jetzt sind wir hier im Flughafen angekommen, und jetzt müssen wir jetzt noch reingehen, und danach uns verabschieden, und ja. Und ja. 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 Hallo. Hallo. Wir sind jetzt am Flughafen, und ja, er hat schon eingegangen, gecheckt, ist jetzt auf Toilette unter Nacht, geht's nach oben Richtung Gate. Haben wir einen Fleck auf der Kamera? Ja, ne? Ja. 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 Das war der Karte. Der Apola Fuku Savire Priba, ein Koman Sabudari, wird zum Treffpunkt in die Ammonzene beten. Der Apola Fuku Savitur Savire Priba, in die Ammonzene. Bye-bye, De! Bye-bye!